Hm, komisch, ich kann ihn leider gerade nicht erzeugen, tut mir leid für das. Gut, äh, wir sind jetzt hier, um das Sicherheitssystem des schweigenden Kartografen zu deaktivieren. Mit Holo-Konsole das Sicherheitssystem runterfahren. Finde ich auch sehr beeindruckend programmiert. Man könnte fast meinen, da unten wäre so eine Art, äh, Halo 3, äh, Invisibility im Multiplayer. Aber, das ist nicht. Ich finde das aber auch ziemlich geil. Mal gucken, man kann, man kann den Chief von unten sehen. Wie oft geht das in dem Spiel schon? Man kann den Chief von unten sehen, das ist voll cool. Wenn der Chief jetzt eine scharfe Frau wäre, dann könnte man die Mutter mal gucken, aber leider ist das ja nicht der Fall. Also, obwohl, die Legende von Missy Chief. Missy Chief, finde ich cool. Komisch, ich meine, jetzt hätte es irgendwann mal ein Secret gegeben, dass, wenn man dahinter geht, dann sitzt ein schlafender Grunt. Und wenn man den erschlägt, dann steht dann da, hey, der hat doch geschlafen. Okay, wie auch immer. Man sieht das, man sieht den gesamten Komplex. Kann man hier oben erkennen. Ziemlich cool. Man kann sich den gut einprägen. Und man hier einige Geheimgänge sehen kann. Prägt durch den gut ein. Gut. Und jetzt wird er deaktiviert. Ziemlich lästiger Sache. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt. Den habe ich früher dann immer mit dem Warthog plattgefahren, weil er sich immer geweigert hat, mir auszuweichen. Das war dann immer so geil, so. Weich aus, weich aus. Nein, ich bleib hier stehen. Mayday, Mayday. Landungsschiff Bravo 22 unter Feindbeschuss. Wiederhole, wir sind unter schweren Beschuss und verlieren Höhe. Verstanden. Wir sind unterwegs. Normalerweise müssten doch jetzt hier... Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Gut. Ich zeige ihn euch nochmal. Verdammt, er ist weg. Da ist er wieder. Habt ihr ihn gesehen? Da laufen, glaube ich... Es laufen einige rum. Es muss aber... Wie ihr gesehen habt... Man muss dann immer ein bisschen mit einem Abstand gehen, damit man sie genau anpeilen kann. Wie ihr gesehen habt, es sind doch schon einige. Und die ganzen Granaten, die da einer hat fallen lassen, haben die Explosion nochmal exzessiv verstärkt. Sodass aus dem ganzen scheiß Minenfeld geworden ist. Ich kann das nochmal schön vorführen. Drei, zwei, eins. Jede Granate, die nicht gezündet wurde, fliegt dann auch so in die Luft. Warte mal. Einer. Zwei. Drei. Vier. Warte mal. Das sind nur vier Stück. Eigentlich müssten es doch sechs sein. Es ist immer eine gerade Anzahl, aber ich glaube... Es sind immer sechs, die hier rumlaufen. Da, ich hab's doch gesagt, dass es... Das ist... Warte mal. Wenn das hier Nummer fünf ist, dann muss Nummer sechs auch noch irgendwo hier sein. Das sind jetzt drei. Vier. Fünf. Einer lebt noch. Vorausgesetzt, dass er nicht hier irgendwo in Stücken an der Wand klebt. Aber da ist jetzt mal nicht auszugehen. Der lebt bestimmt noch irgendwo, Freunde. Den müssen wir finden. Ihr wisst ja mal, ihr kennt ja meine Devise. Niemals halbe Sachen machen. Mann, das sind immer gerade... Es ist immer eine gerade Anzahl an Gegnern. Das heißt, der muss hier irgendwo stecken. Aber ich hab auch nicht unbedingt jetzt Lust, da drei Stunden nach dem zu suchen. Okay, nochmal zählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ähm. Ja, doch. Es sind fünf. Oh, je, da. Der frisst, der spritzt das Blut nur so durch die Gegend. Ich hätte schwören können... Ah, okay. Ich hab ihn jetzt nicht gefunden. Aber ich hätte schwören können, dass hier eigentlich irgendwo noch einer liegen muss. Oder sein muss. Okay. Aber es scheint ganz so der Fall zu sein, als ob der nicht da ist. Also. Verziehen wir uns. Holen uns einen der geliebten Superschilde. Mann, ich wundere mich wirklich. Eigentlich sind das immer fünf. Oder vielleicht habe ich einen getötet und er klebt jetzt halt irgendwie... Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen. Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, dachte ich, sie könnten sie gut gebrauchen. Wie ihr sehen könnt, da unten... Gehen wir den Strand ab. Halten sie der Frachtausschau, den wir bergen können. Ja, okay. Momentan kann man es nicht sehen, aber wie ihr sehen könnt, jetzt... Äh... Ein Pelikan abgestotzt ist ein paar arme Säue, aber für die kann man auch nichts mehr tun. Was jetzt kommt, ist eine klassische... Scharfschützen... Oh, Mann, ja. Ich entschuldige mich mit der Pistole. Aber die hier unten sind sehr viel wichtiger. Hey, der war gar nicht mal schlecht, der Wurf. Das kann man nichts sagen. Okay, der eine sitzt da mal gucken, ob er sitzen bleibt, wenn er sieht, dass der Plasmablitz direkt auf ihn zukommt. Guckt euch das an, der hat doch tatsächlich noch zurückgeschossen. Da hinten hinter dem Felsen sitzt noch einer. Mal gucken, ob ich den treffe. Komm, 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 du Scheißgranate, flieg. Oh, und wie ich den getroffen hab. Hey, Alter, Achtung, zielen können die mit ihren Scheißpistolen, das muss man denen lassen. Auch wenn ich Schakale hasse. Verräterische Opfer. Oh, ich find das voll korrekt von dem Baum, der hat meinen Sturz voll geil abgefedert. Okay, Zeit auf blutige Art und Weise das Leben dieses Schakals zu beenden und offensichtlich mit einem Wartog gegen die restlichen Schakale hier hinten vorzugehen. Stylische Schwenker können hierbei die Überlebenschancen der Schakale minimieren und ihre erhöhen. Oder eure erhöhen. Okay. Um euch noch mehr von der geografischen Beschaffenheit dieser Karte zu zeigen. Ja, komm, Wartog, zerquetsch mich nicht. Hier führt ein kleiner Pfad hoch. Von dem wir die Grunts auch leichter erreichen und sie erschlagen können, falls ihr mal ein Let's Play machen wollt, indem ihr die Waffe nicht ein einziges Mal abfeuert. Gut. Das wäre geschafft. Man sieht doch geil aus hier, die Umgebung. Ich meine, kommt schon. Welches Spiel bietet euch denn eine solche Umgebung, ha? Das ist doch einfach nur... Das ist... Hammer. Okay, für den Fall, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt keinen Schaden genommen habe. Manch einer müsste es schon kennen, aber ich sage das jetzt speziell für die, die es nicht wissen. Wenn man springt und ganz normal aufkommt, bekommt man bei der Höhe schon einigen Schaden. Sehr viel Schaden. Aber wenn man sich dann beim Aufprall duckt, also die Ducken-Taste drückt, ungefähr so... Dann minimiert das den Schaden. Ja, ist wie ans echte Leben angelehnt. Ich meine, habt ihr schon ausprobiert, was passiert, wenn ihr von irgendwo runterspringt und mit durchgestreckten Beinen auf dem Boden aufkommt? Ich meine, das wäre schon verfickt schmerzhaft. Also ich würde es nicht ausprobieren, ganz ehrlich. Also, ne, das wäre krank. Okay, wir haben einen 7-Schuss für die Bazooka. Das ist doch schon mal ganz gut, mal abgesehen von der Tatsache, dass jetzt so viele, verflucht viele Menschen sterben.